Sniper-Ghost-Warrior-Fähigkeiten hier einsetzen, hm? Piep noch runter, du scheiß Teil! Die versuchen ohne einen zu töten, hier durchzukommen. Erschwert die Aufgabe natürlich nochmal ein bisschen. Die sind nicht so gut, wenn wir das Auto sehen. Die sind nicht so gut, wenn wir das Auto sehen. Die sind nicht so gut, wenn wir das Auto sehen. Keine Ahnung, wo es in der Zeit ist. Die 2-2 ist vor dem Rheinland, und die 3-2 ist. Keine Ahnung, wer ist das Auto? Vielleicht, wer nicht in der Zeit? Die Leute sind in der Zeit, und sie sind in der Zeit. Kommt da näher Scheiße, da kommt näher Alter 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 Also bis jetzt läuft es irgendwie verdammt gut Es läuft zu gut Alter 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 Jetzt bewegt sich der Arsch oder nicht? Oh Gott Es klappt irgendwie Irgendwie muss es klappen Wird wahrscheinlich ein Erfolg oder so Ohne Probleme durchkommt Im Übrigen, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gerade richtig gehe Ich habe ein Meerschweinchen gehört Ich habe einen Meerschweinchen gehört Zurück verrät uns das Piepen, kein bisschen. Sie haben wie ein geiler B-Day. Ha! Geschafft! Denk ich zumindest. Hm! Hm! Wenn nicht jemand gleich sein Scheißmeerschweinchen hier abholt, bringe ich das viel um. Wahrscheinlich gehört er zu Can. Banana Split! Oh mein Gott, hat er eine Armee um sich geschürt. Ha! Entschuldigung! Ich glaube ich bin hier richtig. Ich hab keine Ahnung. So, vorsichtig hier langschleichen, schon auf dem Waldboden rumkriechen. Da, wo mich meine Kritiker schon immer haben wollten. Einen Vieren. Sie laufen durch die Trümmer. Du musst sie umgehen. Ich hab schon die ganze Zeit. Und vor allem, woher weiß er das? Gut, die sollten mir egal sein. Ich glaub ich werd die ganze Dschungel Scheiß hier als eine Folge hochladen oder so. Ich hab keinen Plan. So. Was haben die bloß mit den roten Hüten? Hast du uns bemerkt? Ruhigen wir sich auch irgendwann mal die Welt die Welt je es gibt die Welt die Prinzipien die mit dem mit dem Weg die mit dem Weg Willst du mich verarschen? Willst du mich in Ruhe, ihr Schweine? Der Hasch zieht mich! Halt die Schnauze, du Affe! Du fackst dicke jetzt! Was denn? Super, das war die einzigste Stelle jetzt, oder war es noch? Wo wir jetzt noch Gegner befürchten mussten? Leck mich am Arsch! Ich will jetzt wahrscheinlich einen Erfolg gekriegt oder so, aber nee... So, hier ist die fucking Absturzstelle Das ist doch jetzt kacke, Alter! Machst du so viel? Im letzten Moment kommen nur noch welche und sehen dich, oder was? Wir fragen, ob das überhaupt ein Erfolg gewesen wäre Wir gucken mal gerade, ob das ein Erfolg gewesen wäre Wann?